Guck mal her. Handgun. 45er. Die hier. Die hier will ich haben. Und zwar ByPort. DNS. Jetzt kann ich mal gucken. Oh ja. Ja. Erstmal gucken was ich hier. First Aid. Ich nehme mal auf Waffe. Was nehme ich für eine Pistole? Warum nicht? Sieben, sechs, zwei Millimeter. Jupp. Diesmal habe ich dann auch genug Munition. Nächste Patrouille. Wenn jedes Mal da wieder welche auftauchen. Das wird ärgerlich. Das kriegen wir schon hin. Momentan. Einfach nur geradeaus. Was? Wir müssen Südwesten. Die Straße. Oh, warte. Die Straße. Die Straße kenne ich doch. Hm. Ja. Ist eigentlich da hinten mit der schwarzen Rauchwolke im Dorf. Das würde auch was sein. Oh, wow. Das fahre ich noch nicht mal mit dem hier platt. Okay. Boah, das Tal gibt hier so gute Deckung. So, auf euch sein. Wenn da Steine liegen, bist du ziemlich gew- Naja. Dann läuft sie da ziemlich blind rein. Oh. 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 Dann lass uns doch vielleicht mal. Ich wollte eh mal wissen, was das ist. Spiel wird gespeichert. Okay. Das heißt, wir sind irgendwas nah, was... Sollte aber keinen verletzt haben. Oh, warte. Das ist die schwarze Rauchwolke. Oder? Hm. Gucken wir mal, was die schwarze Rauchwolke ist. Das ist die schwarze Rauchwolke. Hmm. Die schwarze Rauchwolke ist weg. Okay. Get in that vehicle. Willkommen. Ich brauche noch hinten auf dem Ladefläche einen. Ready. Oh. Ah, der Marker ist weg. Okay. Und... Okay... Ein Hinterhalt. Ein ganz klassischer Hinterhalt. Hinterhalt, ne? Das ist natürlich... Hinterhalt war das Haus. Also einmal rot. Eine Flagge. Dismill. Solid copy. Waiting. Standing by. Best mover, one and a half clicks. North-East. Ready. Mm-hmm. Okay. Okay. einfach eine nägel reinwerfen selbst wenn man weiß, dass es ein hinterhalt ist, ist es immer noch schwer aber es sollte eigentlich klar sein, dass man hier nicht so mir nicht sehr nicht durchspazieren kann dann lass uns mal schön hier in deckung und sie laufen auf der anderen seite Bäume wunderbar, jetzt steht mein Auto natürlich wieder am Arsch der Welt gut gut Sniper, 75 meters front. Ist das alles gewesen? Nur einer? Wirklich nur einer? Natürlich ist es nicht nur einer, aber wo... Grenadier. Ah, natürlich. Der guckt aus dem anderen Fenster raus. Der guckt aus dem anderen Fenster raus. Und sobald er mich sieht, kriege ich Kugeln ab. Aber diesmal kriegen wir ihn. Beide. Ich meine, normalerweise... Ich hab Granaten dabei. Beide. 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 Dammit! Zu langsam. Zu langsam. zu langsam die granate ging viel zu hoch da 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 Daaaammnnn! Das ist ein Schnell. Roger that. Ready. 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 Was ist das denn für ein Mist? Da gehst du hin und wirfst eine Granate rein und denen passiert nichts. Was zur Hölle soll das? Wow, wie kann man nur so... Vor allem beide Granaten haben sie überlebt. Was ist das denn für ein Mist? Was ist das denn für ein Schlag? Wie sieht das denn aus? Wir brauchen die Schlag. Die Schlag ist mit einer Schlag. North-East. Contact, Soldier! Dreckssäcke. Ja vaan. wahrscheinlich zudem hochgehen sonst der hat nur noch ein laser pointer dran der hat auch noch die großen magazine 20er max das habe ich dann auch 20 ok aber dann ist ja meine waffe sogar noch besser als die die ich dann aufgehoben habe ich die bessere waffe auf dem lager im vergleich zu denen die ach so die ist ja eben hier sache ich und lade noch eine ab sieben magazine und die wiegen noch nicht mehr so viel was macht der laser pointer bevor ich noch irgendwo rein renne so wir hatten gesagt dass dass das unser ziel ist haben wir mal hinter das haus hier ja disembark understood waiting ready waiting hmm und und da okay fall der fälle und wo haben sie jedoch gesagt wäre was tausch hin koelle house ja anscheinend was das nix wahrscheinlich war das nur ein lockvogel für den hinterhalt es könnte gut sein dann einmal zurück sehen wir von hier aus auch noch den schwarzen rauch nicht wirklich ich bin gerne ein bisschen vorsichtig auch hier ist eine große kirche was man hiermit anfangen kann weiß ich auch nicht hol auf jeden fall ah und hier steht ein quad also na gut so lassen wir sehen straßen da drüben könnte man wahrscheinlich fast von hier sehen war das nicht das gebiet wo ich mich durchschlagen musste langsam da haben wir doch noch eins haben wir doch noch so ein gebäude und schießen die sind da schon im einsichtsbereich von denen ok interessant genau wir haben ja festgestellt da müssen wir ja gar nicht mehr hin brechen wir uns mal das handgelenk und fahren dann darum weiter wir haben ja gesehen dass hier nichts ist jetzt würde ich nur kurz noch mal einen plan machen also fahren wir die straße weiter bis zu dem großen gebäude was irgendwo dick an der straße steht hinter der kirche noch und da aus gucken wir mal weiter da waren wir ja eh und dann gehen wir hier an das haus an von hinten an das haus hier an ich glaube ein bisschen weiter rechts wurde auf uns geschossen und erstmal hold fire und speichern da ist genau da ist der der ausgetrocknete fluss oder bach oder was auch immer dann würde ich gerne mal sehen wenn wir hier hochgehen da ist 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 Vielen Dank.